Herzlich Willkommen zum neuen Projekt von Roro und mir, Heroes of a Storm. Halleschön. Also das wird jetzt keine regelmäßige Folge oder so. Wir wollen euch halt einfach mal zeigen, was wir sonst noch so zocken, wenn wir nie aufnehmen. Also es wird, wie gesagt, kein Let's Play und so. Einfach nur mal zum Einschnuppern. Solltet ihr Bock drauf haben, dass wir das öfter springen, dann können wir das gerne tun. Genau. Aber so wollten wir euch mal zeigen, was wir sonst noch so zocken. Ja. Und wir spielen halt gerne Heroes of a Storm. Wir sind nur so schlecht teilweise, dass wir halt nur mit KI gegen KI spielen. Obwohl wir ja auch schon gegen richtige Spieler gewonnen haben. Stimmt schon. Ja. Stimmt. Aber da brauchst du wirklich ein gutes Team oder Leute, mit denen du dich komplett absprechen kannst. Auch. Sonst macht es irgendwie keinen Spaß. Ja. So, wir haben ja hier wieder unsere täglichen Quests. Momentan gibt es ja hier dieses besondere Ereignis. Dieses zweijährige Heroes Jubiläum Dingens, Gedöns, Kiste. Und dann halt noch die täglichen Quests. Ja. Genau. Also ich muss jetzt zweimal mit dir abreden. Und ein normaler Modus. Passt schon. Ich brauch diesmal nur 3 Spiele gewinnen. Aber müssen wir halt gewinnen. Und gewinnen? Ja. Bei mir ist das egal. Gewinne 3 Spiele, steht direkt. Bei mir ist das egal. Hauptsache ich hab dir abreden. Und hier oben das Jubiläum ist auch egal. Das kriegst du sowieso egal, ob du verlierst oder gewinnst. Ja gut, gegen die KI steht sogar da. Ja. Also passt das schon, was wir machen. Gucken wir mal, was wir jetzt von der Map bekommen. Ja. Oh, der Engel wieder. Ah, ich glaube ja. Okay. Cool wäre ja gewesen, wenn wir jetzt hier gleich die Animap gehabt hätten, wo wir hinten hier untertragen müssen. Die spielst du gerne? Ja gut, die geht auch. Auch die ist ja eigentlich auch nicht schlecht. Eine einzige Map, die ich nicht so gerne mag, ist das mit der Fracht. Ja, das stimmt. Das ist ein bisschen nervig. Weil du bist da auch manchmal nur bei der Fracht und so und... Ah, dann ist es ein bisschen langweilig. Das Ding fährt nämlich nicht gerade schnell und deswegen... Das stimmt. Ah. Kommt das auch manchmal eigentlich so ewig vor. Ja. So. Ich bin da überlegen, ob ich vielleicht mal demnächst von mir weh mal was zeige. Ich spiel das so gerne. Kannst du ruhig machen? Ja. Ich spiel das jetzt schon eine Weile, aber... Das ist halt okay. Ich hab halt keine wirkliche Gülde, wo man mal zusammen da irgendwie was reißen kann. Das stimmt in 10 Sekunden. Also falls da jemand Interesse hat, aber mit mir mal da zu zocken. Ich spiel auf dem Cargert-Server-Allianz. Ach, jetzt bin ich da vortritt, he? Mal gucken, wer da hinten ist. Diablo. Oh, Diablo? Du? Oh. Nee. Nee. Wie wärs? Wäre aber zu schön gewesen. Oh, Kleid-3, eh? Das kennst doch schon an Geschiss. Oh, wir haben nichts vor alles. Komm. Der ist auf. Der hat nicht sicher ein Schiff gegeben. Komm, lassen. Irgendwie sowas in der Richtung. Kann nur ein Happer. Hm. Komm, wir fahren mit vorne wieder hier. Die Mauer muss weg. Die Mauer muss weg. Die Mauer muss weg, uiuiui. Ah, ich muss weg. Autsch. Oh, ich sterbe. Ja, weil du schon mit davor laufen bist. Die Fehler mache ich auch manchmal. Das ist nicht gut. Hab ich gemerkt. Merke ich oft. Na komm. Ja. Ja, wir müssen in der Mitte. Was? Wir müssen in der Mitte. Ach so, ja. Die Engel sind da. Ja, bin schon in der Mitte. Okay. Keine. Das ist nicht. Autsch. Gut. Äh, jetzt werden wir uns dann wieder versuchen zu save'n. Okay. Mann. Wo sind eigentlich unsere anderen? Andere Kameraden? Äh, du kannst es gleich versuchen. Und das Böse ist verrottet. Ja, bloß gegen Ragnaros. So finde ich. Ich sterbe. Wir sind dreher. Ich schaff's nicht alleine. Okay, komm mal zu dir runter. Das ist nur... Ich muss mich schnell machen. Ich bin gerade bedreift. Ich bin gerade bedreift. Ich bin gerade bedreift. Komm. Er ist weg. Oh, alles hat die? Ich hab's auch... Ich hab's auch... Er verschweine knapp, du. Mach platt. Ich bin dabei. Windebar. Oh, wo war alles das hier? Vielleicht heilt er mich schon mal ein Stückchen. Ja, der war ne ganze Zeit bei mir. Ich hab keine Mana. Ich hab keine Mana. Ich hab keine Mana. Scheiße, Chromies abends auch. Oh, die kleine Knutschkugel, ne? Die konnte ich wegmachen. Ich teleportier mich mal schnell zurück. Dann hab ich wenigstens Fall, Mana. Dann geh ich runter. Ja, in der Mitte. Okay. So. Ich bin unterwegs. Wir haben auch Probius. Äh, weiß ich nicht. Ich hab ihn noch nie gesehen. Ja, ja. Ich hab ein Grott hier gesehen. Okay. Da ist er auch hier rum. Gut. Ah! Ne, zu weit. Ja. Oh, so glaub ich, dass die abhauen. Oh, Mann ey. Naja, ich bin ein Schmalgerät. Ich bin ein Schmalgerät. Whereas wir werden in den Schmalgerät. Ich bin ein Schmalgerät. Ich bin ein Schmalgerät. Es gibt auch ein Schmalgerät. Und es ist irgendwie, das ist irgendwie sinnvoll. Eine Schmalgerät beschrieben. Dann, das ist immer so weit. Es gibt auch ein Schmalgerät. Gost, das ist immer gut. Ein Schmalgerät. Wenn uns nichts angekommen. So, das Ding ist weg. Jawoll. Ich bin gerade an der Anselturm dran hier. Ah, die Diablo Musik. Auch immer schön. Was? Die Diablo Musik ist auch immer schön. Geil, ich krieg jetzt meine Rödel in meine Lärmerelle. Kannst du mir mal hier damit helfen? Wo bist du? Nur weiter oben. Oh, ey, Leute. Wo ist denn bei dir weiter oben? Oh, Mensch. Hä? Oben von der Karte. Hier, hier bin ich. Hallo, hallo. Wo denn? Ping doch mal. Ey, ich bin hinter dir. Siehst du mich nicht? Ach, da. Oh, Leute. Oh, Peter. Ich telefoniere mich einfach mal zurück. Du hast echt Tomaden auf die Augen. Kommen wir weiter zurück? Ja, weiter zurück geht sie. So, ich gehe in der Mitte, okay? Okay. Es sind noch vier Sekunden Zeit. Die Herrschaft der brennenden Höllen wird endlos verbrannt. Oh, die haben sich gerade alle schön den Arsch verbrannt. Also waren gerade Feuer und Flamme. So. Oh, mindestens. Ich habe vorhin bei Ul, die gezündet gehabt. Einen hab ich doch auch killen können. Okay. Ich könnte weg noch unsere Rückklärung wieder eingehen können. Bis jetzt noch nicht. Noch nicht, aber gleich. Das gleiche Wechsel. Das weiß ich so. Oh, ich gehe da hin. Okay. Oh. 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 Na nü. Unsere Worte nie angegriffen. Oh, das war da froh. Man staunt. Es geht aber bestimmt hoch. Kann ich ja schon mal hoch gehen. Hm. No. Da ist er einfach. Richtig schon hoch. Vielleicht noch. Kann ich ja schon mal ein bisschen. In 14 Sekunden ist mein Ulti wieder bereit. Dann kommt wieder die schöne Lavawelle. Tu nicht. Dürfen wir ihn noch nicht zu weit zurück drängen. Ach du. Aha. Wo ist denn, wo ist denn? Wo ist denn, wo ist der Heiler? Der ist wieder nie da. Nö. Nö. Werden wir ihn trauen, wenn er nie da ist. Werden wir ihn trauen, wenn er nie da ist. Wir haben losgekämpft. Ein Dreifachpill. Ausgezeichnet. Läuft doch ganz ruhig. Das ist jetzt so. Wir fressen nicht so laut. Was? Ah, schaff mal. Schaff mal, schaff mal Dicke. Auieieieiei. Wieso werte ich gerade eingefressen? Die haben einen Norn an dir gefressen. Lalalalalalalalalalalalalalalalalala. Ja, da war ich ja vorhin. Du bist abgehauen, wo ich gesagt habe, kannst du mir mal helfen. Und du warst nämlich hier unten. Nur ein kleines bisschen weiter. So meintest du das mit unten. Weißt du, das ist jetzt sogar auf der Kotte. Oh, wir haben gesiegt. Toll. So muss das. Ich bin noch nicht mal Sturm. Ich bin noch nicht mal Sturm. Ich habe 3 und 8. Also 3 Kills und 3 Assists. Okay. Ja. 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 44% Tests und Sterbchen ist schade. Wulft. Wulft. Okay. Oh, ganz knapp. Beutetruhe. Weißt du, was ganz knapp? Mit dem Level. Hätte ich gleich wieder 2 Beutetruhen gehabt. Ich habe eine Seite. Oh, kacke. Die Dinger habe ich schon alle in der Truhe. Weil du so viel hast. Oh. Ich mache mal neuer Versuch. Kostet mich 250 Gold. Mal gucken. Mach das. Mal selten hoch. Ja, geil. 2 Dinger davon habe ich schon. Und einen seltenen Skin. Innen. Schön. Fast. Neh mich. So. Oh. Was mehr Spiele brauche ich noch. Wollen wir gleich weiter machen? Ist mir egal. Was meinst du? Entscheide du. Ah, hängen wir noch ne Folge dran. Okay. Wir sind ja mal nicht so. Ist ja auch zum Reinschnuppern. Muss man so noch so spielen. Na ja. Wächter. Oh, geil. Hätte ich auch mal einen anderen Charakter genommen, wenn ich das so wüsste. Das willst du ja vorher nie. Ja, das ist ja das. Und du musst ja Tyroel nehmen. Auch. Ja, äh, der Apload. Ich muss ja nicht unbedingt Tyroel, aber auch. Ja, Tyroel mit dem gilt, äh, ist doch dein Lieblingsjob. Ich hab'n Vorfahren. Ich hab'n Vorfahren. Ich bin ein Elementarlord. Ihr werdet mir gehorchen. Ihr werdet sehen, es ist nicht leicht mich zu beeindrucken. Auf die Klei, Sterblicher. Wie tanzt'n der eigentlich? Der kam'n in 10 Sekunden. Tö, tö, tö. Tö, tö, tö. So, wie jetzt so. Oah, jetzt ist der davor. Tö, 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 tö. Irgendwie muss ich mal hinterherkommen. Ja, ja, irgendwie schon. Udo, tu machst alles und ich bleibe da und guck dir zu. Hm, also so wie immer eigentlich. Nein. Johanna ist dort. Und den anderen konnte ich jetzt nicht so schnell erkennen. Bei Johanna musst du aufpassen, die kann heilen, die Alte. Ja, es ist Lucio. No. Na komm. Was haben wir denn zwerischen zusammen hier, ey? Mann, Lucio. Halt's doch nicht. Geheieiniger. Das haut der auch noch ab. Ja, so klar. Aber wenigstens haben wir mit der Morales. Der heilt mich gerade. Das ist schön. Der sollte lieber mich heilen, der Arsch. Wo wolle? Alter. Das war knapp. Autsch. Heil mich. Hä? Okay, ne Heiler hat gerade ne Heiler ertönt. Okay. Lauf. Mann macht aber das Ding klein, ja. Ich danke euch, Heiler. Ich danke euch, Heiler. Ich danke euch, Heiler. Ich danke euch, Heiler. Ich danke euch. Ich danke euch. Ich danke euch, Heiler. Ich danke euch. Ich danke euch. Ja, komm. Jetzt hau nicht ab. So. Dass die immer abhauen müssen, ich verstehe das nicht. Ja, noch. Wir müssen mal den Turm wegmachen. Am Rand, äh, lang fliegen! Huh! Genau, nur noch den hier! Oten ist der Turm! Hä? Ach so! Wir müssen hoch! So, da hoch! Also ganz, ganz hoch! Ach, ne... Ach ja, da! Okay! Ja! Okay, ich bin doch schon unterwegs! Ich bräuchte mal Mana! Bräuchte ich auch! Äh, oah, oah! Oh, jetzt, jetzt reicht's! Aber ja, jaja! Ich hab kein Mana mehr als so ne Kacke! Ich geh nur mal schnell mal, ob es auf dem Urne ist, Kacke! Ey, kannst du doch nicht einfach jetzt hier abhauen! Klar! Schon! Oh, außerdem wird unsere Tonchen angegriffen von Nazibu! Ja, und? Stopp, Nazibu! Stopp, Nazibu! Stopp, Nazibu! Mit was denn? Ich brauche, ich brauche jetzt Mana, ist mir egal! Uh! So! Ich kann mir jemanden entscheiden, ne? Das ist eigentlich alles nicht schlecht! Das liegt das! Meister, oder? Ja! So! Wir haben Blut gekämpft! Ah, Lucio! Ah, Lucio! So! Wir haben Blut gekämpft! Wir haben eine Blut gekämpft! Wir haben eine Blut-Kritte! Wir haben eine Blut-Kritte! ich habe erstens keine marme und zweitens fast kein leben mehr ich bin mir mal zurück ich bin mir schwecks gut oh shit da hast du mich aber auch plötzlich übelst schnell runtergehalten ich geh mal kurz hin mit ab ja besser ist endlich weil du siehst ja das was ich sehe ich weiß nicht was du siehst aber ich sehe dass der Gegner den Söldner locker erobert hat ja dann hast du es auch das was ich sehe mal kurz mal ein bisschen Handgebur machen das dauert doch so lange bis ich mal Ulti kriege die Lavawelle du hast schon deine Ulti? ist so geil ne noch nie das ist ja das doof ja das wäre ja was weil ich habe nie meine Ulti ohne das wäre mega oh ich latsche erst hoch dann jetzt latsche ich runter ich bin meine Narbe wo der Fego noch besser gesagt ja ta ta klicken zu machen hier äh ganz unten oder wo? ja hier wo ich bin ach da ich hoffe Morales kommt gleich guckst du eigentlich irgendwann mal auf den Kottel? jetzt kriegst du meine Lavawelle so schön das wird auch noch latschen ja hier wir haben wir haben da das ist gut das ist schon jetzt meine Lavawelle gut Keine Ahnung Ein Gul'dan hängt in der Mitte Okay Äh... Ja... Keine Ahnung Oh, was? Äh, schon? Wie schnell sind wir? Was machen wir? Aua... Aua... Boah, alles heile mich! Aua... Ach so, in der Mitte haben sie schon mal keinen Heilbrunnen mehr Wie die immer alle abhauen müssen, das ist... nicht nett Schlimm noch? Echt? Echt? Ei... Äh... Geht's denn okay... Ja... Oh, unsere Minutes kommt Tja... Tja... Der scheiß Turm jung... Tja... 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 Ich komm hier nicht zum Skilling, ey. Komm weiter zurück, ich kann wieder meine Lava-Welle holen. Mach doch. Ja, wenn die aber zu nah an ihrer Base stehen, beziehungsweise an den Pylonen, so weit geht die Lava dann nicht. Dann mach mal. Was sind sie denn? Lucio muss weg und Kultai muss weg. Äh, Lucio Moral. Mann. Wie lange soll ich noch ordnen? Ich warte, hey. Ich starte die jetzt einfach mal. Mach mal. Okay, Klupp. Passt schon. Das Böse wird ausgerottet. Der Böse kommt, der Böse kommt. Tuiiii. Da, guck. Hahaha, jawoll. Shit, einer Siego hätte ich auch fast gehabt. Ich hab Lucio. Das ist Feuerende. Ach, einfach ran hier und los geht's. Alles was wir haben. Einmal fast, immer fast. Gebt ein bisschen Schilder. Ach. Uuuuh. Wolltest du mir nicht schildigen? Hab ich doch noch. Da kam nix an. Doch, da waren wir sofort weg. Sicher, dass du mir schildigen bist. Ja, hab ich. Das war ein bisschen Schilder. Oh. Ah, das ist rotmisch. Die hauen mich so klein. Wir haben trotzdem gleich gewonnen. Hä? Wie das? Da waren noch so paar Wegelchen von uns, die aus der Ferne geschossen haben auf das Ding. Ach so? Okay. ok toll ja ich hab 10 Kills 12 Assists du hast 5 Kills was ich hab die längste Killserie 22 Helden ok auch nicht schlecht meinst du in Doppelfolge reicht doch oder? ja das reicht doch halbe Stunde so circa ja so und ich hab mein tägliches Quest abgeschlossen ey 200 Kills bekommen echt hm ich muss noch ein Match machen na so ey ich nehme mich nicht da so liebe Leute das wars dann hier für heute mit dieser Folge könnt ihr mal in die Kommentare schreiben ob es euch gefallen hat ob ihr mehr davon sehen wollt und wo dann denke ich mal öfters mal davon was bringen ja also wenn er vielleicht noch ein paar Folgen gerne hätte dann machen wir es vielleicht werden wir sehen also ähm sagen wir mal bis denn dann ne jo tschüss ok tschau 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 tschau